heute bei den science cops heilen mit salzen und dann hat schüßler ein tor geöffnet also schüßler allein ist schon so irre stark es geht hier nicht darum kleine wehwehchen zu verbessern sondern wir heilen hier krankheiten das ist sicher so zwölf verschiedene schüßler salze plus einige weitere ergänzungssalze sollen alle krankheiten behandeln können zum teil sogar so gut wie antibiotika und das mit einem mittel das von vielen menschen für homöopathie gehalten wird und die wir wissen es wirkt nicht über den placeboeffekt hinaus warum schüßlersalze wissenschaftlicher unfug sind und wieso es höchst merkwürdig ist dass menschen homöopathie und schüßlersalze gleichzeitig gut finden jetzt bei den science cops wissenschaftlichen unfug aufzudecken ist aufgabe der quarks science cops maximilian döckel und jonathan focke das sind ihre fälle hier sind die quarks science cops hallo hier sind max und jonathan ganz herzlich willkommen bei dem podcast der immer dann tätig wird wenn menschen unwissenschaftlichen unfug erzählen zum beispiel sagen wir mal instagram-influencer als ob die unsinn erzählen für die insta-influencer mit verkaufsabsicht sind doch wohl so ziemlich die verlässlichste quelle die man sich überhaupt vorstellen kann ja natürlich das recht darum heute eine insta-influencer freie folge aber wir haben uns gedacht wir greifen das thema der letzten science cops folge die ja auch ein bisschen wellen geschlagen hat ein stück weit auf nur halt in verdünnter form also kann man das sagen ging ja beim letzten mal unter anderem auch um nährstoff und mineralstoffmangel und das nahrungsergänzungsmittel da angeblich helfen sollen wenn es zu beschwerden kommt oder auch wenn keine beschwerden vorliegen doch was gewiefte supplement online händler bei instagram heute so veranstalten das können deutsche ärzte aus dem 19 jahrhundert wirklich schon lange richtig denn bereits vor weit über 100 jahren erfand ein arzt aus oldenburg eine therapie die durch den ausgleich von mineralstoffmängeln im körper alle erdenklichen krankheiten heilen soll dr wilhelm heinrich schüssler war ein genialer geist er hat ein therapie system erarbeitet das nach über 150 jahre weltweit noch funktioniert und ich frage sie allen ernstes welcher arzt kann das von sich behaupten ja er fragt das allen ernstes ja wer kann das schon von sich behaupten schüssler salze erfreuen sich tatsächlich zumindest in deutschland auch heute noch recht großer beliebtheit nur und viele menschen ordnen die schüssler salze bis heute der homöopathie zu was wie wir gleich hören werden ein phänomenaler irrtum was allerdings große hersteller wie die dhu also die deutsche homöopathie union nicht davon abhält beides herzustellen und anzubieten also schüssler salze und globuli obwohl sich die wirkweisen dieser beiden therapien eigentlich diametral gegenüberstehen und eigentlich einander ausschließen aber auch dazu gleich mehr also die angeblichen wirken ja ja auch vielfachen wunsch von euch hin jetzt also unsere ermittlung zu schüssler salzen es ist eines der am meist gewünschten themen würde ich sagen was ist das eigentlich wie soll das funktionieren und gibt es irgendeinen beleg dafür dass das zeug auch wirkt kleiner spoiler das ist wieder mal ein thema aus der kategorie man möchte seinen kopf auf die tischplatte schlagen los geht's ja wir fangen an wie immer mit bisschen profiling wer war eigentlich dieser herr schüssler ja was soll man sagen wenn man über dr wilhelm schüssler spricht wo soll man da beginnen der war erst mal klug der konnte weiß ich fünf sechs verschiedene sprachen im selbst studium der war kritisch hat dinge hinterfragt und hat immer überlegt so wie kann man wege finden das besser zu machen also heute würde ich sagen ja das ist jemand der immer auf der suche ist etwas zu verbessern oder kann ich stundenlang zu hören diese diese sonore stimme ja die selbst henning mey von eid erblassen lässt das klingt so nach 30 jahre lord extra diese stimme jedenfalls stammt von horst pflüger er ist chef der firma pflüger die schüssler salze herstellt und vertreibt wilhelm schüssler wäre im jahr 2021 200 jahre alt geworden das bedeutet einerseits dass er 1821 geboren wurde absolut andererseits aber auch dass es schön viele videos auf youtube gibt in denen das leben und wirken von ihm dargestellt wird meist natürlich von firmen die das zeug verticken manchmal ist das ganze dann so ein bisschen geschönt kann man so sagen also mit den sprachen hat horst pflüger aber recht er sprach wohl tatsächlich also der wilhelm schüssler der sprach tatsächlich mehrere sprachen und gab auch fremdsprachenunterricht aber noch mal der reihe nach wir hören noch mal rein was so über ihn erzählt wird inzwischen ist er geboren das war damals noch kein kurort und aufgewachsen oder umgezogen ist er nach oldenburg wurde dann später ab 1858 als arzt praktiziert hat zuerst als rein homöopathischer arzt später dann eben als biochemischer arzt heißt aber nicht dass er nur dort war sein studium hat ihn nach paris nach gießen und auch nach prag geführt bevor er dann also sich im oldenburgischen niedergelassen hat also ich frage mich dabei immer sollen wir nicht auch solche hintergrundmusik machen was ihr nicht sehen könntest dass wir hier zu dieser musik schon können okay zurück zum thema was genau ein biochemischer arzt ist dazu kommen wir gleich noch aber wir haben ja gerade eben schon gesagt dass diese videos gerne mal etwas geschönt sind das stimmt zwar alles was da über herrn schüßler erzählt wird interessanter ist aber eigentlich was nicht erzählt wird schüßler begann tatsächlich 1852 ein medizinstudium das ihn nach paris berlin und gießen führte allerdings ist ein bisschen merkwürdig denn der mann hatte gar kein abitur eigentlich war das schon damals eine voraussetzung fürs studium wie genau das von statten ging dass der trotzdem studieren durfte darüber haben wir jetzt nichts ganz festes gefunden wo man sagen kann das stimmt auf jeden fall vermutlich so ist so gehen historiker zumindest davon aus hatte sein älterer bruder finanziell seine finger im spiel muss man so auszudrücken ja und auch der abschluss seines studiums war dann eher merkwürdig er promovierte schon nach drei jahren allerdings ohne eine dissertation abzugeben oder alle leistungsnachweise zu haben er gab vor als militärarzt eingezogen zu werden und musste dann nur so ein prüfungsgespräch und eine bearbeitungsgebühr zahlen und durfte sich danach dr med nennen ja das ist eher kurios in der tat ja das mit dem fehlenden abitur wurde dann später trotzdem noch zum problem er wollte dann nämlich das medizinische staatsexamen ablegen um auch tatsächlich als arzt arbeiten zu dürfen musste man damals schon approbation so doch da bekam er dann eine absage denn einerseits hatte er eben kein abitur andererseits galt damals die regel dass man mindestens vier jahre medizin studiert haben musste die hatte er aber ja nicht studiert er war ja nun bei drei er hat das dann aber nachgeholt und studierte noch ein bisschen medizin in prag und durfte dann 1857 das staatsexamen absolvieren so und über das ergebnis gibt es jetzt sich ja widersprechende quellen angaben einerseits gibt es biografen die erklären er habe knapp bestanden dann aber als er in der stadt oldenburg tätig werden sollte dort nur eine erlaubnis als homeopathischer arzt bekommen so andere quellen behaupten er sei durch die prüfung durchgefallen und habe dann doch noch die approbation erhalten weil er sich verpflichtet habe nur homöopathie durchzuführen zitat offenbar glaubten die examinatoren ein arzt dessen wissen und können nur gering sei könne das fügen wir jetzt hier ein als homöopath am wenigsten schaden das war freilich ein großer irrtum denn wenn dr schüßler auch ein dummer mediziner war ein kluger geschäftsmann war er auf alle fälle schon damals wusste man dass man mit der homöopathie naja möglicherweise nicht ganz viel ausrichten und dann auch keinen schaden anrichten kann wobei man natürlich durchaus schaden anrichten kann dann nämlich wenn man bei einer ernsten erkrankung statt auf einer richtigen sinnvollen therapie auf homöopathie setzt das ergebnis ist jedenfalls dasselbe willem schüßler arbeitete ab 1858 in oldenburg als homöopathischer arzt und trat auch dem deutschen zentralverein homöopathischer ärzte bei das markante ist es tatsächlich schon dass schüßler sehr von seinen eigenen ideen überzeugt war und dass er für die auch eingetreten ist ich liebe diese kurze pause die sie macht in der sich ganz kurz überlegt wie drücke ich jetzt nett aus dass schüßler gerne streit gesucht hat ja er veröffentlichte einige schriften und wurde auch gerne mal ausfällig wenn andere nicht seiner meinung waren ja zum beispiel der homöopathischen zeitungen er arbeitete dann einige zeit in oldenburg war wohl selbst eher so ein skurriler zeitgenosse der aber zu niedrigen honoraren arbeitete und manchen armen auch die kosten komplett erließ man kann also wenn man diesen quellenglauben schenkt schon die vermutung haben dass es ihm jetzt nicht nur ums geld ging sondern ja zumindest auch gewisse ideale als arzt hat es ging dann ein paar jahre so aber wie wir ja schon gehört haben der war kritisch hat dinge hinterfragt und hat immer überlegt so wie kann man wege finden das besser zu machen ja und er hat dann ein paar dinge gefunden ihm waren es nämlich einfach viel zu viele verschiedene mittel in der homöopathie das war ihm alles zu kompliziert und er dachte dann darüber nach wie man diese anzahl homöopathische arzneimittel ordentlich verringern könnte bevor wir aber darauf gucken was er sich da ausgedacht hat müssen wir einmal schauen in was für einem umfeld er sich bewegte ja also historisch betrachtet was war gerade so en vogue in der medizin wir sind im 19 jahrhundert samuel hanemann hatte zu beginn des jahrhunderts sein organon der heilkunst also quasi ja die bibel das standardwerk der homöopathie rausgebracht und es breitete sich dann auch aus dadurch die homöopathie und mitte des 19 jahrhunderts kam dann jedoch ein mann auf den plan der die medizin tatsächlich und auch nachhaltig revolutionierte und zwar rudolf virchow er entwickelte in den 1850er jahren die zellular pathologie und löste damit die humoral pathologie also diese säfte lehre ab haben auch schon häufiger mal erklärt und laut der zellular pathologie sind störungen in körperzellen für die entstehung von krankheiten verantwortlich und nicht etwa das ungleichgewicht irgendwelcher säfte oder in anderen heilslehren dann irgendwelche energien dazu muss man natürlich sagen dass er das nicht aus dem nichts entwickelt hat sondern andere heute noch sehr bekannte forscher hatten vorher schon dinge herausgefunden auf die er sich dann bezog und die für ihn wichtig waren und für seine entdeckungen so hatte friedrich wöhler zum beispiel herausgefunden dass organische substanzen aus anorganischen substanzen erzeugt werden können was echt krass war denn vorher dachte man für organische substanzen brauche es eine art lebensenergie die eben nur organische material inne wäre und dies im krankheitsfall zu stärken gilt das sieht man auch bei ein bisschen bei hannemann der auch davon spricht die potenzierung bei der homöopathie würde die immateriellen eigenschaften von stoffen stärken damit diese besser auf die krankhafte lebenskraft dann wirken können das war aber eben eine akzeptierte vorstellung die aber eben von wöhler widerlegt wurde in den jahren danach wurde die medizin dann revolutioniert und virchow hatte mit seiner zellular pathologie entscheidenden anteil eine andere wichtige persönlichkeit dieser zeit war jakob moleschott der eine art wissenschaftlichen atheismus und materialismus pflegte und popularisierte alles existierende hatte ihn hatte für ihn eine stofflichkeit also er legte er lehnte dieses geistliche komplett ab das leben und die natur war ein kreislauf von stoffen und auch organismen waren für ihn ein produkt aus anorganischen stoffen auch das denken im gehirn ja selbst das führte er auf den austausch von stoffen zu ja das waren also einige der großen denker des 19 jahrhunderts die schüßler stark beeinflussten so stark dass er schließlich 1873 in der allgemeinen homöopathischen zeitung einen aufsatz mit dem titel eine abgekürzte therapie gegründet auf histologie und zellular pathologie veröffentlichen ließ histologie ist dabei die wissenschaft vom menschlichen gewebe und jetzt dürft ihr dreimal raten wie die homöopathen die neuen ideen von schüßler so fanden eher nicht so gut denn was er da und in der folge auch in weiteren aufsätzen beschrieb widersprach und widerspricht einigen kernideen der homöopathie wirklich sehr stark also seiner ansicht nach ist nicht etwa eine eine krankhafte lebenskraft für krankheiten verantwortlich sondern eine unausgewogenheit von mineralstoffen in den menschlichen körperzellen dem körper würden manche mineralstoffe fehlen die man wieder hinzufügen müsste zitat gestützt auf eine fast dreijährige erfahrung behaupte ich dass virchus zellular pathologie und moleschotz gewebe chemie einem homöopathen zuverlässige führer bei der auffindung spezieller heilmittel sind ja also kein wunder dass die homöopathen nicht begeistert waren das simile oder ähnlichkeitsprinzip also gleiches mit gleichem behandeln das war schüßler einfach komplett über bord die arzneimittel prüfung am gesunden die war für auch über bord die zahlreichen homöopathischen mittel kürzte er wie gesagt runter auf zwölf anorganische salze also die schüßler salze und dann gab er auch noch an dass alles in nur acht monaten selbst in studien herausgefunden zu haben wie genau das alles funktionieren soll und ob das alles plausibel ist das schauen wir uns gleich noch mal genauer an versprochen vorerst bleibt aber festzuhalten die homöopathen waren nicht mused ja zuerst wurde er gekonnt ignoriert später gab es dann aber auch starke gegenrede ja kein wunder die einzige gemeinsamkeit die schüßlers biochemie wie er diese therapie dann später nannte noch mit der homöopathie hatte war das verdünnen ja das eigentlich ja für die homöopathie so wichtige verschütteln ihr erinnert euch vielleicht an unsere homöopathie folge dieses potenzieren wie es ja dann hört gerne sonst normal also du verdünnst er ist eine substanz aber damit ist ja nicht vorbei sondern du musst es verschütteln zehnmal aufschlagen dieses verschütteln das ließ schüßler weg weil er das für nicht notwendig hielt also kein wunder dass erger gab und 1876 trat schüßler dann aus dem deutschen zentralverein der homöopathen aus warum genau darüber sind sich die quellen die wir zumindest jetzt gefunden haben nicht ganz einig manche sagen er habe sich selbst schlicht nicht mehr als homöopath gesehen andere sagen er habe sich zwar immer noch als homöopath gesehen wäre aber nicht als solcher von den anderen anerkannt worden und hätte sich dann mehr aus trotz von der homöopathie abgewendet und dann später naja hat er sich dann auch wirklich abgegrenzt das ergebnis ist in jedem fall dasselbe und so entwickelte er in den nächsten jahren seine eigenen seine eigene idee weiter bis ein standardwerk eine abgekürzte therapie vor seinem tod über 80 seiten umfasste ja tod dann 1898 da starb wilhelm schüßler an einem schlaganfall an einem hirnschlag seine idee der biochemischen medizin hatte sich in der naturwissenschaftlichen medizin überraschung nicht so richtig durchgesetzt wurde aber das ist der zentrale punkt von laienverbänden am leben gehalten die durchaus zahlreich waren und die ideen dann auch weiter verbreitet heute sind schüßler salze vor allem in deutschland noch recht beliebt natürlich nicht bei naturwissenschaftlich arbeitenden ärztinnen und ärzten sondern eher im bereich von heilpraktikern und heilpraktiker das wissen wir mittlerweile setzen besonders gerne auf therapie formen deren wirksamkeit in klinischen studien zweifelsfrei bewiesen wurden absolut alles andere würde dem dem gemeinen heilpraktiker absolut fern liegen und normalerweise erklären wir euch jetzt erstmal wie das heilmittel oder die therapie um die es geht funktioniert und wir dachten uns diesmal kommen wir machen das einfach ein bisschen bisschen anders wir wollen mal ein bisschen hier die die foundation ein bisschen schicken und wir machen es heute deswegen andersrum und zwar checken wir erstmal was man denn zur wirksamkeit der schüßlersalze in der wissenschaft bisher herausgefunden hat also was denn das ergebnis der vielen vielen studien ist die es doch sicher zu schüßlersalzen gibt oder oder es klingt jetzt vielleicht wenn man das noch nie gehört hat nach großer klappe aber mit schüßler kannst du wirklich alles für jede situation arbeiten ein heilmittel für alle krankheiten ein tolles versprechen für das es bestimmt auch gut dokumentierte belege gibt ich habe einen ordner an dankesbriefen der ist wirklich so dick und es ist die spitze vom eisberg die leute kommen als frack es gibt junge frauen die heulen auf dem stuhl mir gegenüber und nach 100 tagen habe ich wirklich zwei seiten dankesbriefen es funktioniert sehr zuverlässig kann ich wirklich sagen na wunderbar ordnerweise dankesbriefe was will man mehr nur diese science cops die wollen ja immer nur studien 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 ja sorry markus das solltest du langsam wissen dass unsere berufskrankheit wäre natürlich alles viel einfacher wenn man statt klinischer studien einfach dankesbriefe bei einem fach schon als veröffentlichung einreichen könnte also bei der zulassung eines medikaments oder noch besser bei dem impfstoff so richtig untersucht mit einer klinischen studie haben wir das nicht aber wir haben hier zwei ordner mit dankesbriefen die sind richtig süß geschrieben guck mal da hat auch einer so ein herz sticker drauf gemacht das reicht doch für eine zulassung also und der so ja klar sie können den impfstoff auf den markt bringen kein problem und würdet ihr euch damit impfen lassen bestimmt ja kommen halt immer diese science cops an dieses spielverderber mit ihren blöden studien und ihrer wissenschaftlichen evidenz wo doch so viele menschen berichten wie toll ihnen schüßler salze geholfen hätten aber wir wiederholen uns anekdotische evidenz und wenn es noch so tolle und beeindruckende dankesbriefe sind ersetzen niemals echte wissenschaftliche evidenz erst recht keine klinischen kontrollstudien ja weil man halt aus einzelfallberichten niemals schlüsse darüber ziehen kann was denn jetzt wirklich die ursache dafür weil das beschwerden verschwunden sind darum haben wir natürlich geschaut in den gängigen großen medizin datenbanken wie zum beispiel pubmed beziehungsweise medline welche studien es zu schüßler salzen so gibt ja schließlich findet man da ja auch untersuchungen zu anderen sogenannten alternativ medizinischen therapien man findet was zur homöopathie man findet was zu ayurveda zur akupunktur und so weiter ja was soll man sagen im grunde könnte das hier die kürzeste science cops folge aller zeiten sein denn wo wir auch geguckt haben wir haben nicht nur bei pubmed geguckt auch woanders egal mit welcher wortkombination und wir haben es auch versucht den begriff schüßler salze in andere sprachen zu übersetzen das ergebnis war immer zero zero ja wir konnten keine einzige studie finden die sich mit der wirkung von schüßler salzen beschäftigt hat nicht einer ja was schon bemerkenswert ist denn wie gesagt bei anderen alternativ medizinischen therapien gibt es ja durchaus einiges an studien zwar oft studien schlechter qualität keine frage aber immerhin wurde es mal untersucht bei schüßler gar nichts es gibt also so gesehen keinen einzigen beleg in wissenschaftlichen fachzeitschriften für die wirksamkeit der schüßler seien es gibt gar nichts ja wir haben spaßeshalber mal geguckt was es denn vielleicht außerhalb der wissenschaftlichen fachzeitschriften so an untersuchungen gibt ja kann ja sein was das gleich mal vorweg natürlich vollkommen wertlos ist denn was in der wissenschaft nicht publiziert ist in fachjournalen das existiert de facto nicht da braucht man sich auch ehrlicherweise nicht rausreden mit ja die wissenschaft die habe einfach nur vorbehalte gegenüber solchen therapien das ist totaler quatsch ja einerseits gibt es auch genug fachzeitschriften für alternativ medizin und andererseits haben es die homöopathen und co ja auch geschafft irgendwas zu veröffentlichen jedenfalls sind wir bei der suche tatsächlich fündig geworden ja und zwar in einem buch der heilpraktikerin elisabeth metz melchior mit dem titel basisbuch schüßler salze da ist vorne so ein roter aufkleber drauf und darauf steht mit den ergebnissen einer empirischen studie und da sind wir aus dem herrührig geworden eine empirische studie in der tat also das buch ist von 2009 und nach eigenen angaben hat die autorin in ihrer naturheilpraxis eine eigene studie zu schüßler salze durchgeführt deren ergebnisse sie dann wie praktisch in ihrem eigenen buch veröffentlicht hat das ist ja auch einfacher also man spart sich diesen ganzen ärger mit begutachtungsprozessen peer review qualitätskontrolle und so ja auch da also muss man nicht muss man nicht mehr überprüfen lassen und die ergebnisse sind auf den ersten blick so also sind beeindruckend kann man nicht anders sagen 42 patienten nahmen über drei monate schüßler salze ein und in einem presseartikel über diese studie heißt es dann zitat bevor wir zu den detailergebnissen der studie kommen kann insgesamt festgestellt werden dass die gabe von schüßler salzen bei der überwiegenden mehrheit der probanden zu einer raschen normalisierung im ungleichgewicht befindlicher körperfunktion beiträgt und somit das allgemeine wohlbefinden fördert zitat ende konkret hätten die schüßler salze bei 90 prozent der symptome zu einer besserung oder sogar zum verschwinden der symptome geführt ist das nicht klasse das klingt wirklich super 90 prozent die machen es dann noch ein bisschen konkreter wie diese 90 prozent zustande gekommen sind da heißt es dann nämlich dass ich bei 21,4 prozent der symptome die beschwerden gebessert hätten bei 27 prozent sehr deutlich gebessert und bei 23,8 prozent wären sie ganz weg gewesen moment wenn man das jetzt zusammenrechnet dann kommt man ja nur auf 72,2 prozent und nicht auf 90 wo sind denn die übrig gebliebenen 18 prozent keine ahnung weiß man nicht gut das ist schon mal der erste hinweis darauf dass man diese studie eigentlich sagen wir mal ganz unverblümt komplett in die tonne hauen kann noch nicht mal die einfachsten berechnungen stimmen und wenn man da mal ein bisschen genauer hineinschaut wird schnell klar dass das was elisabeth metz melchior da in ihrem eigenen buch als studie veröffentlicht hat wirklich alles ist aber keine studie wie die 42 patienten ausgewählt worden sind man erfährt es nicht welche beschwerden die patienten eigentlich hatten man erfährt es nicht dass die probanden wussten dass sie mit schüßler salzen behandelt wurden und entsprechend ihre erwartungen die ergebnisse komplett verzerren könnten total egal ja dass es keinerlei kontrollgruppe gab um zu schauen ob die schüßler salze wirklich signifikant besser abschneiden als ein placebo total egal diese studie erfüllt nicht einen einzigen mindeststandard den man an eine ordentliche medikamenten studie stellen sollte wir wissen nicht ob frau metz melchior jemals versucht hat ihre arbeit bei einem fachjournal einzureichen ich schätze nicht aber mal abgesehen von irgendwelchen internet raub journal ist es völlig unvorstellbar dass irgendeine fachzeitschrift die auch nur die kleinsten leisesten qualitätsansprüche an sich selbst hat dieses werk überhaupt abdrucken würde auch so man hat halt ein eigenes buch was den anhängern der schüßler therapie allerdings herzlich egal sein dürfte das alles denn in einem pressebericht über diese studie auf der etwas fragwürdigen internetseite forschung und wissen heißt es zunächst zitat doch muss es immer die streng wissenschaftliche untersuchung sein reicht das nicht aus wenn nach der einnahme eines präparats die mehrzahl der probanten über eine besserung ihrer beschwerden berichten dann wird es aber noch schöner der bericht über die studie von frau metz melchior schließt mit den worten zitat auch wenn die schulmedizin die veröffentlichten ergebnisse aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen begleitung nicht anerkennt so zeigt die empirische studie von heilpraktikerin elisabeth melchior deutlich dass schüßler salze beim anwender eine wirkung zeigen und man muss einfach sagen nein tut sie nicht diese studie zeigt überhaupt nichts weil es mit einer gut gemachten studie rein gar nichts zu tun hat das ist irgendein selbst zusammengebastelter quatsch mehr nicht also auch kein beleg für die wirksamkeit wir könnten aber jetzt auch einfach sagen wir haben eine studie wir können auch eine studie zu schüßler salzen machen können nach und ein buch machen können sagen hat nicht funktioniert ja also was man im zusammenhang mit der forschung zu schüßler salzen noch erwähnen sollte ist dass es durchaus mal größere ja wie soll man das nennen ist ein bisschen unschön untersuchung menschenversuche trifft es eigentlich wohl eher gegeben hat und zwar in den 1940er jahren im deutschen reich ja die nationalsozialisten hatten ja auch das haben wir glaube ich schon mal erzählt nicht besonders viel übrig für die als faire judith bezeichnete sogenannte schulmedizin das haben wir hier im podcast ja auch schon mal kurz erklärt der begriff schulmedizin wurde vor allem von den nazis geprägt das sollte man wissen wenn man diesen begriff unbedingt verwenden will wir würden jetzt vielleicht eher davon abraten stattdessen war man zur nazizeit sehr angetan von naturheilkunde und von alternativmedizin das ziel war eine neue deutsche heilkunde zu schaffen in der die alternativmedizin eine große rolle spielen sollte ja und 1942 gab ss führer heinrich himmler deshalb reichsarzt ernst robert grawitz den auftrag in den konzentrationslagern auschwitz und dachau die wirksamkeit von schüßler salzen in versuchen angefangenen zu testen man suchte wohl auch nach kostengünstigen heilmitteln für die versorgung von verletzten soldaten an der front ja die versuche liefen dann so ab und jetzt wird es wirklich eher sehr sehr unschön dass die ärzte den häftlingen eiter den man zuvor anderen häftlingen entnommen hatte gespritzt haben um eine blutvergiftung hervorzurufen und im anschluss wurden diese häftlinge dann mit schüßlersatzen behandelt ihr könnt euch das ergebnis denken allein im ersten versuchs durchgang starben zehn probanden qualvoll und grawitz meldete diese misserfolge der schüßlertherapie zwar an himmler himmler befahl aber einfach weiterzumachen und zwar immer und immer wieder trotz der offenkundigen wirkungslosigkeit alles in allem so zeigen historische quellen kamen bei diesen schüßler versuchen weit über 100 kz häftlinge ums leben ja es ist ein ganz dunkles kapitel der alternativmedizin in deutschland das aber auch zeigt selbst die nazis die ja viel auf alternative heilmethoden setzten die konnten keine wirksamkeit der schüßlersalze feststellen die haben jetzt natürlich keine studien in irgendwelchen fachzeitschriften veröffentlichten veröffentlicht trotzdem können wir insgesamt festhalten dass es bis heute keinerlei wirksamkeitsbelege also keine evidenz für die schüßlersalze gibt schlichtweg weil es überhaupt niemals irgendjemand seriös untersucht hat ja gut hier könnte man sich jetzt natürlich mit folgender beliebter aussage rausreden wie absence of evidence is not the evidence of absence also nur weil es keinerlei studie gibt die die wirksamkeit belegt schlichtweg weil es generell keine studien zu schüßler gibt heißt das ja im umkehrschluss noch nicht dass damit bewiesen sei dass schüßlersalze nicht wirken ja man könnte sich als anhänger der schüßlersalze bequem auf diese haltung zurückziehen ja halt halt noch keiner untersucht ja die wirksamkeit wurde ja nicht widerlegt stimmt grundsätzlich erst mal also hier ist die situation erst mal eine ganz andere als bei der homöopathie auch da gibt es zwar keine evidenz für die wirksamkeit homöopathische arzneimittel allerdings wurde die homöopathie umfangreich untersucht und man kann auf grundlage der studien tatsächlich den schluss ziehen die wirkt nicht über den placebo effekt hinaus weil sie in den studien keine wirkung gezeigt hat die über den placebo effekt genau bei schüßler ist die sache anders da gibt es halt noch nicht mal eine untersuchung aber mal abgesehen davon dass jemand der behauptet er habe ein wirksames medikament das auch irgendwie belegen können sollte ja sollte man ja erwarten können wir uns ja mal fragen warum ist da eigentlich keine untersuchung gibt also was was ist denn der grund dafür dass da keine studie irgendwo veröffentlicht wurde und da gibt es tatsächlich verschiedene erklärungen für ja keine erklärung aber sicher immer eine beliebte ausrede aus dem natürlich dass die böse pharmaindustrie da was gegen hat und das mittel und die forschung daran irgendwie unterdrückt was offenkundig ziemlicher blödsinn ist weil schüßler salze ja von medikamenten man könnte auch sagen pharmaunternehmen hergestellt werden die verdienen damit ziemlich gutes geld genau auch das sind am ende medikamente den menschen die deutsche homöopathie union ist kein kleiner fisch die verdienen schon gut knete ja und das wiederum ist direkt auch eine mögliche erklärung für die nicht existenz von studien zu schüßler salzen wie gesagt die unternehmen die schüßler salze herstellen verdienen ja bereits sehr gut an den mitteln bei gleichzeitig geringem produktionsaufwand weil man ja kaum wirkstoff benötigt und wenn es sich doch verkauft und die leute daran glauben und es halt kaufen warum soll ich denn dann studien machen also vor allem weil ich solche studien ja gar nicht brauche um die mittel zu verkaufen weil schüßler salze in deutschland rechtlich wie homöopathische mittel behandelt werden und damit auf dem arzneimittelmarkt eine eine absurde sonderstellung genießen bei der man anders als bei allen anderen arzneimitteln keine wirksamkeitsbelege vorweisen muss sondern nur so eine sicherheit und unbedenklichkeitsprüfung also die hersteller werden sicher kein interesse daran haben studien durchzuführen mit dem risiko dass am ende noch rauskommt dass es gar nicht hilft ja solange sie das nicht müssen und das zeug sowieso gekauft wird eine andere mögliche erklärung ist dass vielleicht durchaus mal studien durchgeführt wurden dass aber die ergebnisse so schlecht waren dass man die studie lieber gar nicht erst veröffentlicht hat das ist ein generelles problem dass es immer wieder in der forschung gibt man spricht da auch vom publication bias bedeutet das gerade in bezug auf medikamente deutlich eher positive forschungsergebnisse veröffentlicht werden während man die negativen ergebnisse unter den tisch fallen lässt ja könnte also gut sein dass durchaus der ein oder andere hersteller meine studie durchgeführt hat die dann aber lieber in der schublade hat liegen lassen und man muss dazu sagen auch dieser publication bias ist jetzt nicht unbedingt immer eine sache die aus böswilligkeit entsteht es ist häufig auch so dass wenn man etwas gefunden hat ja ein medikament was wirkt dass das natürlich der größere durchbruch ist der dann eher publiziert wird wobei es eigentlich wünschen wert wünschenswert wäre dass auch mehr negative ergebnisse publiziert werden damit das im zweifelsfall mit dem wirkstoff nicht noch ein zweiter versucht und damit oder oder überhaupt mal eine studie wie gesagt hier haben wir ja gar keine so und dann gibt es noch eine andere mögliche erklärung und damit kommen wir jetzt auch endlich zum angeblichen wirkprinzip der schüsseler salze also wie die denn überhaupt funktionieren sollen denn vielleicht ist ja die idee das wirkmechanismus von schüßler so abwegig und falsch dass sich niemand ernsthaft damit wissenschaftlich beschäftigen will bei ihren recherchen zu schüßler salzen stolpern die science cops auf der website der deutsche homöopathie union einem hersteller für homöopathika über ein video das schüßler salze wirkprinzip einfach erklärt doch nachdem sie das video gesehen haben verstehen sie nur bahnhof sind die science cops am ende vielleicht einfach zu dumm um die genialität von schüßler salzen zu verstehen ja möglicherweise ist das so und wir sind einfach nicht klug genug kai luca ja sehr charmant wieder der markus heute vielleicht sind aber auch einfach schüßler salze einfach ziemlich dämlich ja die entscheidung und könnt ihr ja treffen am ende nachdem wir euch das jetzt ein bisschen näher gebracht hat das schüßler salze wirkprinzip einfach erklärt laut dr schüßler entstehen gesundheitliche beschwerden häufig wenn unsere zellen mineralstoffe nicht richtig aufnehmen und verarbeiten können schüßler salze enthalten für den körper elementare mineral salze nach dr schüßler geben sie den zellen impulse und arbeiten wie ein türöffner zur besseren aufnahme und verarbeitung essentieller mineralstoffe so kann man bei einer vielzahl an beschwerden die selbstheilungskräfte und damit die gesundheit aktiv stärken ja also schwierig das ist bleibt alles irgendwie sehr im ungefähren also haben wir uns mal angeguckt was der schüßler damals denn selbst geschrieben hat ja die abgekürzte therapie die haben wir uns angeschaut denn auf herr schüßler beziehen sich anhänger ja heute noch gut aber gehen wir mal durch wo denn jetzt die fallstricke liegen die aus heutiger sicht einfach den anerkannten erkenntnissen der wissenschaft widersprechen noch mal kurze wiederholung willhelm schüßler war der ansicht dass krankheit im körper durch ein ungleichgewicht von mineralstoffen entstehen würde man könne dem körper diese mineralstoffe aber wieder zuführen damit dieses ungleichgewicht ausgeglichen würde und der mensch wieder gesund werden können was damals vielleicht irgendwie noch durchgegangen ist weil die molekularbiologie ne robert koch und so die steckte noch in den kinderschuhen das ist aus heutiger sicht natürlich trotzdem absoluter käse ne klar es gibt krankheiten durch einen nährstoffmangel bedingt sind und den du durch eine höhere mineralienaufnahme ausgleichen kannst es gibt aber eben auch viele krankheiten die durch bakterien und viren ausgelöst werden und die nichts mit einem mineralstoffmangel zu tun haben also diese grundannahme die ist damit schon mal falsch was nicht so richtig gut ist für so eine therapie aber kommen wir zu seinen salzen schüßler nutzte untersuchung menschlicher asche und brief sich dann darauf dass in dieser asche zwölf verschiedene mineralische verbindungen gefunden wurden so und die ordnete er dann verschiedenen krankheitsbildern zu wie genau er das anstellte ist heute nicht mehr wirklich nachvollziehbar er orientierte sich vermutlich an damaligen überlegungen dazu welche mineralien in welchen körperteilen vermutet wurden und dann ging es halt wie beim beim pflanzendüngen wenn dir da ein bestandteil fehlt dann musst du den substituieren die zuordnung ergibt heute nicht mehr wirklich sinn also nehmen wir zum beispiel mal calcium fluorid das ist das schüßler salz nummer eins das glaubte er damals in den knochen und in elastischen fasern des körpers gefunden zu haben ergo war es in seinen gedanken der stoff der für die elastizität des körpers verantwortlich war wenn also der bauch durchhing dann war schüßlers salz nummer eins das mittel der wahl ja und das ist natürlich aus heutiger sicht einfach nie mehr stand der wissenschaft also heute versteht man unter elastischen fasern etwas anderes als damals also damals war das quasi ein äquivalent für das komplette bindegewebe heute versteht man darunter sehr spezielle fasern die für die dehnbarkeit zuständig sind teil des bindegewebes und ja bei denen spielt nach allem was wir jetzt herausgefunden haben calcium fluorid nicht die übertrieben große rolle wir lassen uns da gerne eines besseren belehren also falls jemand einspruch erheben möchte irgendein experte für bindegewebe der uns jetzt zuhört schreibt uns gerne dann korrigieren wir das im nächsten podcast aber ganz grundsätzlich lässt sich sagen wenn man sich die indikationen anschaut die schüßler für die einzelnen mittel angibt dann wirken die aus heutiger sicht stellenweise einfach an den haaren herbeigezogen beziehungsweise widersprechen auch einfach dem stand der aktuellen wissenschaft also es ist wirklich kein wunder weil das war eben der stand von vor 150 jahren ist aber im endeffekt auch egal denn da gab es ja noch die verdünnung und die die war besonders wichtig denn nur wenn man die mittel verdünnen würde würden sie auch über den mundraum aufgenommen und ins blut abgegeben würde man sich hingegen in größerer konzentration geben so die idee von schüßler würden sie einfach in den magen kommen und dann da nichts mehr bewirken können ja und das widerspricht einfach sämtlichen biologischen erkenntnissen also wenn du eine höher konzentrierte lösung hast dann kommen mehr der gelösten stoffe in kontakt mit der mund schleimhaut und dann können auch mehr aufgenommen werden eigentlich auch logisch aber schüßler war eben dieser überzeugung eisen zum beispiel sagte er würde wenn man zu viel nimmt einfach direkt in den magen gehen den magen verderben und dann sofort wieder beim nächsten toiletten besuche ausgeschieden werden eisenmangel könne man deshalb gar nicht so behandeln sondern eben nur indem man sehr geringe mengen geben würde damit das dann eben direkt über die mund schleimhaut schleimhaut aufgenommen werden würde was so aber natürlich einfach nicht stimmt heutzutage weiß man eisen aus der nahrung wird zum beispiel im dünndarm aufgenommen also das muss man muss eisen nicht über irgendwie über den mund aufnehmen so also auch hier stimmen einfach die grundannahmen nicht die verdünnung war aber noch aus einem anderen grund wichtig er gegen davon aus zitat dass das in hochmolekularer verteilung gereichte funktionsmittel nur ein reiz auf die erkrankten zellen oder zellen komplexe ausüben soll letztere dadurch angeregt nehmen nunmehr wieder das ihnen durch die nahrungsmittel gebotene salz auf und nehmen danach ihre normale tätigkeit wieder auf die infinitesimal gaben der betroffenen biochemischen funktionsmittel entsprechen zwar nicht den quantitäten nach dem mangel quantum sie regen aber den organismus und insbesondere die erkrankten zellen an die in den nahrungsmitteln gebotenen salze wieder aufzunehmen das manko der zellen wird so zunächst gedeckt und sie kehren zu ihrer normalen tätigkeit zurück schüssler ging wohl davon aus dass man die mineralien genau auf die konzentrationen runter verdünnen müsste in denen sie auch in der zelle beziehungsweise im extrazellulären raum vorkommen würden warum eine kleine menge eines stoffes die zelle irgendwie aktivieren soll und dafür sorgen soll dass der stoff dann wieder in die zelle kommt das ist aus heutiger sicht nicht ersichtlich dass also naja es ist einfach so die vielleicht ist die zelle einfach scheu ja wenn zu viele ionen um sie herum stehen dann will sie nicht ja dass da irgendwie was in die zelle reinkommt wenn es nur ein paar sind dann lässt sie sie rein ja bestimmt also wird sein ja er entwickelte dann noch die idee dass vermutlich die molekularbewegung in der nähe von zellmembranen gestört sei und man diese wieder anstoßen könne wenn man nur die passenden salze in der richtigen konzentration hinzufügen würde wichtig dafür zu wissen ist zu lebzeiten von schüssler war die menschliche zelle noch längst nicht so sehr entschlüsselt wie heute vor allem die struktur der zellmembran war noch relativ unklar wenn er also davon ausgeht dass alleine die sogenannte branche molekularbewegung für den strom der mineralien in die zelle verantwortlich ist dann ist das eben falsch heute weiß man dass die verteilung verschiedener ionen außer und innerhalb der zelle ein ein hoch komplexer vorgang ist der je nach zelltyp etwas anderes funktioniert etwas anders funktionieren kann grundsätzlich gibt es ganz verschiedene methoden wie ionen in die zelle oder auch aus der zelle heraus gelangen können über osmotischen druck also eine konzentrationsgefälle über ionen kanäle deaktiviert oder deaktiviert werden können oder über protonen pumpen ja da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins detail gehen viel bio sehr viel bio das wichtige an dieser stelle ist einfach keiner dieser faktoren ließe sich nur durch eine geringe menge aber nicht durch eine große menge eines stoffes beeinflussen ja warum eine kleine menge eines stoffes die zelle irgendwie aktivieren soll und dafür sorgen soll dass der stoff dann wieder in die zelle kommt das ist aus heutiger sicht nicht ersichtlich dass also wenn du wirklich zu wenig natrium in der zelle hättest und du willst dann mehr reinbekommen ja dann wäre es jetzt rein aus sicht aus osmotischen gesichtspunkten ja molekularbewegung deutlich besser du hättest richtig viel draußen damit wegen des osmotischen gefälles also drinnen wenig draußen viel dann möglichst viel nachströmt ja weil das ist ja so zum konzentrationsausgleich soll es ja kommen so wenn es denn so einfach wäre wie gesagt die die zelle ist deutlich komplizierter so einfach ist es einfach nicht interessanterweise werden diese erklärungsversuche heute auf informationszeiten über schüßler salze quasi gar nicht mehr aufgegriffen und das mit gutem grund denn alle diese überlegungen beruhen halt auf dem wissen stand von mitte des 19 jahrhunderts und sind heute überholt und leicht zu entkräften also schon früh begann deswegen die geistigen nachfolger von schüßler damit sich von den eigentlichen ja psychologisch chemischen überlegungen zu lösen und den salzen eine art energetische wirkung zu schreiben die es den schüßler salzen erlauben würde die zellen wieder für mineralstoffe zu öffnen nach dr schüßler geben sie den zellen impulse und arbeiten wie ein türöffner bedeutet also wir haben es mit einem medizinischen system zu tun das auf ideen der zweiten hälfte des 19 jahrhunderts beruht die biochemie gibt es heute noch hat aber nichts mit dem damaligen mit den damaligen ideen von schüßler zu tun die wissenschaft hat sich seitdem weiterentwickelt und viele der ideen von schüßler wurden ja dadurch obsolet gemacht ja und zwar relativ kurzfristig schon nachher auch schon zu seinen lebzeiten entwickelte sich die biochemie die wissenschaftliche biochemie die wir heute haben weiter und hatte nichts mehr mit seiner zu tun damit das aber nicht weiter auffällt haben moderne fans der schüßler salze die erklärung einfach in irgendwelche energiefelder verlegt bei denen niemand weiß was es eigentlich so genau sein soll passiert übrigens häufig genauso wenn man merkt man kommt nicht weiter mit seinen bio chemischen erklärungen verlegt man die erklärung auf irgendwelche energien ja biodynamisierung nennt das der arzneimittel historiker axel helmstetter mit dessen arbeit seiner forschung wir uns für diesen podcast beschäftigt haben der hat nämlich zu zur geschichte von schüßler salzen mal genauer geforscht mit dem wir auch schon gesprochen haben und ja bestes beispiel bei schüßler salzen ja jedem einzelnen salz wird mittlerweile auch auf mancher website eine charaktereigenschaft zugeschrieben ja dann heißt es zum beispiel salz x wäre verletzlich oder das andererseits ist besonders stark und so also merkwürdig ja esoterik dann halt ne ja besonders witzig ist aber dann eigentlich dass die schüßler salze mittlerweile auch wieder von homöopathen vertickt werden wir erinnern uns zu schüßlers lebzeiten gab es da richtig stress der ist ausgetreten sah sich nicht als homöopathen am ende die homöopathen sagt nee eigentlich ist das keine homöopathie und die deutsche homöopathie union heute verkauft sowohl homöopathie als auch schüßler salze obwohl diese eine komplett andere idee eine andere wirkidee hinter sich stecken haben und sich eigentlich gegenseitig widersprechen schüßler sagt potenzieren brauchst du nicht so die sagen das wichtigste ist das potenzieren oder gleiches mit gleichem ja ein grundsatz der homöopathie schüßler sagt weg damit das ist falsch so man kann eigentlich nicht an beides glauben ja die beiden dinge schließen sich gegenseitig aus der deutsche homöopathie union scheint das aber egal zu sein vielleicht weil es ja kohle gibt ja wir haben die deutsche homöopathie union auch um eine stellungnahme in dieser frage gebeten bekamen aber leider keine antwort darauf das einzige was schüßler salze mit homöopathie gemeinsam haben und ich glaube das haben wir so deutlich noch gar nicht gesagt ist dass die verdünnung so stark ist dass die mittel eigentlich keine wirkliche wirkung mehr haben können ja bei schüßler salzen sind sie nicht so stark verdünnt also nur nur in anflüssen d6 also sechs mal um den faktor zehn aber selbst das ist so erheblich dass eigentlich eine physiologische wirkung ausgeschlossen werden kann und jetzt die festnahme ja gut das ist heute wirklich keine sehr große überraschung es wird schon wieder ein bisschen voller im science cops knast ja wir kriegen da echt bald probleme oder mal ganz im ernst wir sollen wo sollen wir die noch alle unterbringen wir müssen anbauen vielleicht können wir die schüßler leute vielleicht können die sich eine zelle mit den bachblüten fans teilen pardon bachblüten fans das ist ja in etwa eine liga jedenfalls nehmen wir alle fest die in ihren heilpraktikerpraxen oder bei youtube oder wo auch immer öffentlich und mit großer klappe behaupten die salze von herrn dr schüßler aus oldenburg hätten eine nachgewiesene wirksamkeit das klingt jetzt vielleicht wenn man das noch nie gehört hat nach großer klappe aber mit schüßler kannst du wirklich alles für jede situation arbeiten es funktioniert sehr zuverlässig kann ich wirklich sagen ja der landet auf jeden fall im science cops knast ich weiß nicht william schüßler selber würde ich eher nicht im science cops knast stecken nein der ist am friedhof der in oldenburg ja aber davon abgesehen war dann natürlich auch so ein bisschen ein kind seiner zeit hat irgendwie die die ideen die damals en vogue war aufgenommen weiterverarbeitet klar das war jetzt auch nicht der hat vielleicht nicht das goldene ei sozusagen gelegt da aber etwa jetzt auch irgendwie im historischen kontext vielleicht nicht ganz so schlimm naja und der typ kann auf jeden fall bald den homöopathen also den dessen o-ton wir gerade gehört hat oder auch vielleicht christian wolf im science cops knast hallo sagen denn halten wir noch mal fest wirksamkeits belege zu schüßler und dazu ein wirkprinzip bzw eine wirkweise die nicht plausibel ist und auf teils völlig falschen annahmen über die entstehung von krankheiten und auch auf veralteten annahmen über den aufbau der zelle beruht man muss einfach sagen das sind vorstellungen und ideen aus dem vorletzten jahrhundert die mit dem heutigen stand der wissenschaft nichts mehr zu tun haben wenn jetzt leute berichten dass ihnen schüßler salze trotz allem geholfen haben dann mag das durchaus erst mal sein dass sie das so wahrnehmen es spricht aber alles dafür dass es sich dabei um placebo effekte handelt und das ist gar nicht abwertend gemeint placebo klingt oft nach das bildest du dir nur ein aber wir betonen das gerne immer wieder der placebo effekt kann echt ganz schön was ausrichten wenn es darum geht dass beschwerden weniger werden es hat halt nur und das ist wichtig am ende nichts mit irgendwelchen verdünnten mineralstoffen zu tun schüßler salze haben ziemlich sicher keinerlei spezifische wirkung vielleicht könnte man ja unter die ganze sache einen schlussstrich ziehen wenn irgendwer sich endlich mal erbarmen würde und eine richtig schön große randomisierte doppelblind kontrollstudie machen würde in der schüßler salze gegen ein scheinmedikament getestet würden mit dem ergebnis dann und soweit lehnen wir uns jetzt hier einfach mal aus dem fenster dass da einfach nichts ist also keine wirksamkeit über den placebo effekt hinaus ja so eine studie müsste es mal geben oder vielleicht auch gerne mehrere dann wäre die sache geklärt und niemand könnte mehr behaupten dass es ja auch keine belege für die nicht wirksamkeit gibt ja wer auch immer sich berufen fühlt go for it und und wenn es frau metz melchow ist jeder hat eine zweite chance verdient wir würden auch eine science kopf tasse springen lassen frau metz melchow wir laden sie herzlich ein ein paar science kopf tassen lassen wir auch springen für alle die sich bei uns diese ermittlung zu schüßler salzen gewünscht haben das war eine sehr gute idee von euch wir danken am ende noch lukas denberg für die recherchen zu dieser folge anna hoffmann in der produktion und natürlich quarks polizeisprecher marcus klauk und wir freuen uns total wenn ihr uns eine bewertung gebt oder sogar schreibt bei apple podcast spotify oder der podcast plattform eurer wahl und wenn die lobkritik oder anzeigen habt dann schreibt gerne an science kopf z wdr de ja wir sind sehr wahrscheinlich in drei wochen wieder für euch da es gibt noch mal ein bisschen urlaub für uns muss leider mal sein wir haben jetzt wir haben gerade die die staffel abgedreht die erste staffel science kopf dieses videoformats abgedreht kommt dann wahrscheinlich im nächsten jahr geht gerade ins schnitt und wir brauchen ein bisschen ja ich brauche wirklich mal erholung von den ganzen bekloppen macht's gut und bis dann auf wiederhören die quarks science kopf gemacht vom wdr